Ja, es sind noch gemischte Gefühle. Vor dem Spiel hätte ich gesagt, wenn wir einen Punkt hier in Hamm wegholen, das ist okay. Wenn wir in Hamm zwischenzeitlich 1-3 führen, müssen wir eigentlich den Sack zumachen und müssen da drei Punkte mitnehmen. Wie gesagt, wir hätten den Sack zumachen müssen, dass ein 2-3 nochmal passiert, dass es eine hektische Schlussphase gibt, ist auch dann in so einem Spiel normal. Hammer SV hat alles gegeben, kämpferisch sich voll reingeschmissen und dann sind sie auch mit diesem Winkelschuss noch belohnt worden, so laufen schon mal solche Spiele. Wenn man das Spiel 3-1 führt und das um diese Spielzeit, dann muss man das Ding auch über die Runden bringen. Wir hatten Chancen das vierte Tor zu machen, haben die Chancen nicht genutzt und dann denke ich mal, im Endeffekt ist ein 3-3 dann nicht zufriedenstellend für uns. Ich denke, wir sind natürlich sehr, sehr früh in den Rückstand geraten. Das ist natürlich immer negativ in jedem Spiel. Dann denke ich aber, sind wir gut wieder zurückgekommen. Durch die Standardsituation haben wir den Ausgleich gemacht, dann das 2-1 gemacht. Dann denke ich mal, waren wir auch besser im Spiel und dann haben wir auch in der zweiten Halbzeit das Ding nachgelegt, mit 3-2-1 geführt und dann muss man einfach noch den Deckel auf die Partie drauf machen und dann denke ich mal, können alle mit der Partie zufrieden sein. Das Gegenteil ist passiert. Wir haben noch zwei Gegentore bekommen, das Spiel geht 3-3 aus. Dann ist das nicht zufriedenstellend. Kurz nach dem Spiel ernüchternd. Wir führen 3-1 und müssen meiner Meinung nach das vierte Tor machen. Dann ist der Deckel komplett drauf und so haben wir die letzten 20 Minuten nicht mehr die richtigen Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftszahlen. Dann geht das Spiel eben 3-3 aus, haben wir uns selbst zuzuschreiben. Ich bin allgemein der Meinung, dass es ein ausgeglichenes Spiel war. Beide Seiten hatten ihre Chancen. Aber wenn man 3-1 führt, dann darf man das Spiel nicht mehr aus der Hand geben.